Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in Themen relevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Ein eigener Garten ist etwas Wunderbares. Jedenfalls bei genügend Zeit für die Pflege. Doch zumindest beim Rasenmähen zeichnet sich Erleichterung ab. Mähroboter ziehen von ganz allein ihre Bahnen über die grünen Fläche. Sie parken nach vollendeter Arbeit eigenständig auf der Ladestation, bereit für den nächsten Einsatz. Das spart nicht nur viel Zeit, sondern sorgt auch für einen schöneren Rasen. Fangen wir an mit dem Mähroboter von Gardena. Der Gardena Silenus City Mähroboter ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich für Rasenflächen zwischen 300 und 2000 Quadratmetern eignen. Dieses Modell arbeitet mit einer Schnittbreite von 16 cm und einer variablen Schnitthöhe zwischen 20 und 50 mm. Das Gerät ist für Steigungen von bis zu 35 Grad konzipiert und arbeitet mit einer Lautstärke von 58 Dezibel. Für das Abstecken der Arbeitsfläche werden 150 Meter Begrenzungsdrähte mitgeliefert. Die Bedienung des Gardena Rasenroboters erfolgt über ein LCD. Ein Programmierungsassistent sorgt dafür, dass der Mähroboter automatisch einen Mähplan erstellt. Eine manuelle Programmierung und aufwendige Berechnungen entfallen. Mit der Corridor Cut Funktion ist der Mähroboter in der Lage, schmale Durchgänge und Gassen ab einer Breite von 60 cm zu durchfahren. Die Sensor Control Funktion passt die Mähzeit automatisch an das Rasenwachstum an. Mein Fazit? Sensationell! Dieser Mähroboter bietet die beste Technik, die man zur Zeit auf dem Markt für Mähroboter finden kann. Er arbeitet super leistungsstark und präzise. Das Ergebnis sieht super aus. Mit überzeugenden 4,5 von 5 Sternen ist es kein Wunder, dass dieser Mähroboter von Gardena ein absoluter Bestseller ist. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests. Und dann geht's!